Falls es euch und Ihnen in dieser Zeit etwas langweilig wird, euch zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, ihr absolut nicht mehr wisst, was ihr machen sollt, geht einfach mal raus. An Weihnachten, in der Zeit zwischen den Jahren oder auch Neujahr, guckt einfach, was es Schönes zu entdecken gibt, alleine oder auch gemeinsam. Haltet die Augen offen. Hier auf dem Bachplatz von St. Michaelis gibt es etwas, was verändert. Bring Veränderung in dein Leben. Lass dich mal ganz anders wahrnehmen. Kommen Sie vorbei und machen Sie ein Bild von sich oder von Ihrem Leben. Schicken Sie es an idekehr.sankt-michaelis.de Mal sehen, wie viele Heerscharen von Engel wir zusammenbekommen. Sie können das Ergebnis auf unserem YouTube-Kanal sehen.